Musik Wir haben...Au! Warte, warte! Survival! Jaa! Musik Regenbogen Oh, Regenbogen Musik Scheiße! Vorsicht! Vorsicht! Waaah! Vorsicht, das ist ein Kannibale. Soll ich wegrennen von dem? Ja, ich weiß nicht. Warte, ich wechsle mal eben auf die Axt. Da kommt zwei, da ist einer auf dem Baum. Achtung! Alter, die neue Lache. Ich rennte nicht. Ja, Mann. Der Master schießt. So, Vorsicht von hinten! Da kommt einer von hinten bei mir. Alter! Ja, der eine ist down. Einer ist down. Sehr gut. Wir können die übrigens auch essen. Wir können die auch essen. Also wir können... Warte, 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 warte. Der andere haut ab. Der andere haut komplett ab, Gott sei Dank. Boah, ich feier das grad, dir zuzugucken dabei, wie du im Baum fällst, weil ich das sonst nie aus einer anderen Perspektive gesehen habe. Ja, ist das eigentlich immer dieser Charakter? Warum könnte ich das nicht? Warum treffe ich das nicht? Alter! Hallo! Das hört sich so falsch an, was du da machst. Was? Ja, komm doch mal, bückst du doch mal vor mich. Ich bin immer mit. Da ist noch einer. Wir können die sonst rein, komm. Ja, ja, aber wir brauchen die eigentlich... Ich weiß nicht. Oh, ist das dann eine neue Freundin? Eigentlich? So bist du dann auch immer für die Bremse gekommen. Alter, jetzt machst du hier Ausländerwitze. Ist das so? Du bist also gegen Flüchtlinge? Ist das das, was du sagen möchtest? Ja genau. Aua, ich bin starker Fall. Jetzt brennst du. Oh, scheiße. Du müsstest theoretisch ins Wasser. Du hörst gleich auf zu brennen, keine Sorge. Aua, aber nee. So, jetzt hast du aufgehört zu brennen. Das wird toll. Es wird ganz toll, guck mal wie die Sonne da aufgekriegt hat. Komm gib mir deine Hand. Mein Drillingsbruder. Ach schön, wir sollten hier aber keine Pause machen, wir sollten ins Haus gehen, weil der Server läuft ja weiter. Okay, jetzt geh ich zu den Kannibalen. Alles gefixt, das ist gar kein Problem, das ist, äh, die haben alles repariert.